Es gibt Ankündigungen, die kommen aus heiterem Himmel. Und dann gibt's solche wie Titan Quest 2. Da brodelte es schon lange in der Gerüchteküche und jetzt ist es bestätigt, auf dem THQ Nordic Showcase 2023 wurde das Action-Rollenspiel ganz offiziell angekündigt. Die Fans wird's freuen, Titan Quest 2 scheint wieder ganz im Geiste des ersten Teils zu stehen. Das Action-Rollenspiel entführt euch ein weiteres Mal ins antike Griechenland, wo ihr es diesmal mit Nemesis, der Göttin der Vergeltung, zu tun bekommt. Dabei reist ihr wieder durch eine riesige, handgemachte Spielwelt, in der es allerlei Charaktere, Geschichten und Orte zu entdecken geben sollen. Unterwegs kloppt ihr euch natürlich wieder durch Massen von mythologischen Kreaturen, Zentauren, Greifen, Satyren, Harpien und so weiter. Eben was die griechische Sagenwelt alles so hergibt. Bewegte Spielszenen gibt's noch nicht, die ersten Screenshots zeigen aber schon eine ziemlich hübsche Grafik, die diesmal übrigens mit der Unreal Engine 5 umgesetzt wird. Das erste Titan Quest kam schon 2006 auf den Markt und gewann schnell viele Fans, aber nicht nur wegen seiner wunderschönen Grafik, sondern auch für sein flexibles Charaktersystem. Und das wird auch in Titan Quest 2 wieder mit dabei sein. Anstatt euch also auf eine Klasse festzulegen, sucht ihr euch einfach zwei Meisterschaften aus und baut euch so eine Mischklasse mit unterschiedlichen Stärken und Schwerpunkten. Eigentlich ein ganz simples System, das aber viele Möglichkeiten erlaubt. Unterwegs werdet ihr wieder jede Menge Beute erhalten, die euch aber nicht einfach nur mit Zahlen zuschmeißen soll. Die Entwickler versprechen ein sinnvolles Beutesystem, in dem jedes Item eine Funktion hat und jeder Klasse viel Auswahl bieten soll. Klingt erstmal reichlich vage, aber zumindest ein Beispiel haben die Entwickler schon gegeben. Per Crafting könnt ihr einen einfachen Gegenstand wie einen Speer im Spielverlauf verbessern und mit Affixen ausstatten und das geht wohl bis hin zu einem unique Item, also einem mächtigen einzigartigen Gegenstand, der dann perfekt zu eurer Spielweise passen soll. Dass Titan Quest 2 auch komplett im Multiplayer gespielt werden kann, versteht sich bei dem Genre ja mittlerweile von selbst. Ob es auch Crossplay bieten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Titan Quest 2 wird aber auf jeden Fall für PC, Xbox Series-Konsolen und PS5 erscheinen. Ein Release-Termin wurde noch nicht angedeutet, rechnet also frühestens 2024 damit. Dafür verrät ein Blick auf die Steam-Seite aber schon was anderes, was viele Fans hier zur Lande freuen dürfte. Neben englischer Vertonung ist nämlich auch eine deutsche Sprachausgabe geplant. Was uns zur letzten großen Frage bringt. Wer entwickelt das Ding überhaupt? Auch hier gab's schon längere Zeit Gerüchte, die sich nun bestätigt haben. Titan Quest 2 wird tatsächlich in Deutschland entwickelt. Genauer gesagt in München bei dem Studio Grimlaw Games. Das ist das gleiche Team, das zuletzt Spellforce 3 und die beiden Erweiterungen Soul Harvest und Fallen God entwickelt hat. Zur Erinnerung, Spellforce 3 kam damals viel zu früh und verbuggt auf den Markt. Darum hat der Ruf des Spiels erst mal stark gelitten. Mit vielen Patches und Upgrades wurde es aber später doch noch richtig rund und schaffte es sogar ziemlich anständig auf die Konsolen. Die Leute bei Grimlaw Games haben also gezeigt, dass sie was drauf haben. Hoffen wir also, dass THQ Nordic dem Team diesmal die nötige Zeit lässt, um Titan Quest 2 im bestmöglichen Zustand zu veröffentlichen. Wenn ihr euch die Wartezeit bis zum Release versüßen wollt, könnt ihr euch natürlich nochmal durch den Vorgänger kloppen, der mittlerweile als verbesserte Anniversary Edition vorliegt und auch schon drei Erweiterungen erhalten hat. Alternativ könntet ihr aber auch zu Grim Dawn greifen. Das steht ebenfalls ganz im Geiste von Titan Quest und das aus gutem Grund. Das Spiel stammt nämlich von Crate Entertainment, einem Team, zu dem auch ein paar ehemalige Entwickler von Titan Quest gehören. Grim Dawn setzt zwar auf ein anderes, verdammt düsteres Setting, nutzt aber die gleiche Engine und bringt praktisch alle Features aus Titan Quest in verbesserte Form zurück. Das macht Grim Dawn bis heute zu einem der besten Beuteklopper auf dem Markt. Ob sich Titan Quest 2 das eine oder andere abgucken wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Entwickler von Grim Dawn haben da jedenfalls nichts mitzureden, die sind nämlich nicht daran beteiligt. Darum Daumen drücken für Grim Law Games in München. Die haben sich da wirklich ein tolles Projekt geangelt, das aber auf mächtige Konkurrenz und eine riesige Erwartungshaltung der Fans treffen wird. Da muss das Team also ganz schön was liefern. Unser Interesse hat es aber auf jeden Fall geweckt. Tell us the whole story. Tell us about hope.